Ein Engel besucht Maria. In der Stadt Nazareth lebt eine junge Frau. Ihr Name ist Maria. Maria ist mit Josef verlobt. Gott will, dass Maria eine besondere Mutter wird. Gott schickt den Engel Gabriel zu Maria. Gabriel sagt zu Maria, freu dich, du bekommst ein Baby. Das Baby wird ein Junge. Es soll Jesus heißen. Er wird der König der Welt sein. Gott sendet dir seinen Geist. Durch ihn wirst du die Mutter von Jesus werden. Das Kind ist Gottes Sohn. Maria antwortet dem Engel, sage Gott, ich bin bereit. Das Kind ist Gottes Sohn.